Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei Incredible Lieder. Heute werde ich euch ein bisschen am Tag so mitnehmen, denn heute ist ja schließlich der 31.12. Und das heißt Feuerwerk. Und zwar lautes Feuerwerk. Hunde reagieren ja meistens ein bisschen anders drauf als Menschen. Und ich werde das einfach mal filmen, so gut wie es geht und euch halt mitnehmen. So, jetzt wird erstmal kräftig gegessen und Ida ist unter dem Tisch. Hallo. Ida, das ist nur Feuerwerk. Angst hast du wohl nicht. Vielleicht nur rum. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert natürlich kostenlos, wenn ihr wollt, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst und tschüss.